jo servus liebe leute und herzlich willkommen hier ist wieder euer silent ghost schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen platin hier auf meinem kanal das ganze machen wir jetzt mal hier mit track diesmal mit dem challenge mode kennen wir ja haben war ja schon mit baseball zum beispiel gehabt da gab es ja auch dann danach der challenge mode ja im grunde hat sich nicht viel geändert was die trophäen liste angeht auf jeden fall mal wir müssen wieder bis level 6 kommen ja und wir müssen insgesamt 8000 punkte haben am schluss und ja das ist vorrangig für die platin das einzige was sich diesmal geändert hat wir können nicht mehr den x-button gedrückt lassen um das minion ständig hüpfen zu lassen so wie bei track bei dem normalen game ja da gab es ja diesen trick diesmal geht das leider nicht das einzige was wir diesmal machen können ist wenn wir steuerkreuz nach links gedrückt halten starten wir in level 1 wenn wir steuerkreuz nach oben gedrückt lassen und x drücken starten wir in level 3 und wenn wir steuerkreuz nach rechts gedrückt lassen und starten mit x starten wir in level 5 ja das ist das einzige was möglich ist zumindest das was ich bisher weiß dementsprechend müssen wir leider das ganze diesmal normal spielen ja ja ich werde euch hier meinen run zeigen ja ich wünsche euch viel glück bei der platin viel spaß bei meinem guide und würde ich sagen hauen wir das ding an so hier im hauptmenü lassen wir steuerkreuz nach links gedrückt und starten das game dann dementsprechend hier mit x und dann geht sie auch schon los ja wie gesagt das kennen wir ja wir starten jetzt automatisch in level 1 weil ja level 0 brauchen wir nicht unbedingt ich mache das hier schon ab level 1 ja wie gesagt ich denke mal es gibt nicht viel zu kommentieren wie gesagt das ist das gleiche system wie bei der ersten version von track nur wie gesagt mit dem unterschied hier einfach dass wir nicht mehr x gedrückt lassen können damit das minion dauerhaft springt das hat uns ja das bei der ersten version von track dementsprechend doch schon etwas leichter gemacht und hier geht das ganze jetzt nicht mehr vielleicht haben sie es gemerkt vielleicht haben sie auch deswegen den challenge mode herausgebracht man weiß es leider nicht und es war auf jeden fall heute morgen das erste was ich auf jeden fall ausprobiert habe direkt ich lasse x gedrückt und es passiert einfach nichts er hüpft nur einmal und dann halt nicht mehr ich denke mal ja wahrscheinlich genau deswegen dementsprechend müssen wir es hier ganz normal spielen ja so leid es mir leider tut wie gesagt brauchen wir gute reaktionen sollte eigentlich möglich sein mit ein paar versuchen dass das nicht direkt beim ersten versuch klappt das ist wohl ganz klar denke ich mal vielleicht ja gibt es den ein oder anderen der das ding direkt hier weg ballert ja in einem durchgang ja und bei mir war das leider nicht der fall und ja man braucht auf jeden fall nerven aus draht sein man darf nicht aufgeben ich meine die ersten level die gehen hier eigentlich noch relativ gut ja die ersten zwei drei bei 45 wird es dann schon ein bisschen tricky ja weil wie gesagt das ganze wird halt hier immer schneller ja das kennen wir ja und tipp von mir einfach nicht aufgeben dranbleiben ja und wenn ihr es jetzt heute nicht schafft dann schafft das halt morgen oder übermorgen ja also wenn das jetzt 30 mal versucht habt und der sterbt und ja eure geduld ist am ende dann macht das ding einfach ausprobiert den nächsten tag wieder oder heute abend noch mal ja habe ich mal damals beim ersten baseball habe ich das mal so gemacht und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert weil ja wenn die nerven blank liegen ist es meistens so dass man das einfach gar nicht hier schafft ja jeder gamer denke ich mal kennt das ganze und ja ich merke auch gerade wenn ich so auf mein obs schaue dass mein elgato gar keinen ton aufnimmt vom spiel habe ich leider jetzt erst gemerkt ich hoffe das ist jetzt nicht allzu schlimm ja aber dann stört uns hier die musik nicht also ich muss ganz ehrlich sagen das stört mich sowieso teilweise bei diesem practice gaming arcade spielen ja vor allem wenn man stirbt ich kann dieses gottverdammte geräusch einfach nicht mehr hören ich hoffe für euch ist das jetzt okay dass sie jetzt kein ton am start ist aber ihr hört ja mich ich unterhalte euch bis zum ende jetzt haben wir es hier auch gleich wir haben hier schon die 8000 jetzt laufen wir hier ins ziel da ist level 6 da ist die letzte trophy und jetzt kommt auch unsere begehrte platin leute nice herzlichen glückwunsch an die platin zu track challenge mode edition ja leute das war's ja das war mein platin zu track der challenge mode edition leider diesmal wie gesagt ohne trick ja müsste ein bisschen geduldig sein ja müsste ein paar nerven haben um das ganze hier zu schaffen aber kriegt auf jeden fall hin ich drücke euch die daumen danke fürs zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat liken kommentieren und wenn das noch nicht getan habt abonnieren glocke aktivieren damit ihr keine videos mehr verpasst bis zum nächsten mal macht's gut und servus bis zum nächsten mal